Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Susan Hiet, LaF- und LaF-Beraterin auf vmr.de. Heute möchte ich mit Ihnen über das Thema sprechen, Liebe und Eifersucht oder Eifersucht und Liebe. Gehören sie unbedingt zusammen oder nicht? Manche sagen, Eifersucht ist ein Zeichen von Liebe. Wenn er oder sie nicht eifersüchtig sind, dann liebt er mich nicht oder sie liebt mich nicht. Ich kann nur an diesem Punkt schon einmal sagen, Eifersucht ist grundsätzlich nicht Liebe. Es hat nur zur Auswirkung, dass sie sich, wenn sie Pech haben, sehr, sehr unwohl fühlen und in eine Mausefalle geraten, aus der es manchmal schwer ist, wieder rauszukommen. Und zwar, Eifersucht bedeutet Besitzdenken, es bedeutet Angst vor Verlust, den anderen zu verlieren und es hat mit Liebe wenig gemeinsam im Gegenteil. Auf Dauer tötet Eifersucht die Liebe und im schlimmsten Fall kommt es zur Trennung. Woran erkennen Sie, dass Ihr Partner oder Ihre Partnerin eifersüchtig ist? Nun, also ganz klar erkennen Sie es daran, dass Sie ständig kontrolliert werden. Sprich, Ihr Partner oder Ihre Partnerin ruft an, anfangs ist das ja noch nett, wenn man verliebt ist und fragt, wie geht es dir, mein Schatz? Was machst du gerade? Wann kommst du nach Hause? Und dann bekommen Sie ganz viele SMS-Nachrichten oder eher, sie spioniert ihn sogar hinterher bis zum Arbeitsplatz, was auch immer. Das heißt, die Kontrolle wird immer stärker, bis natürlich auch totale Eifersuchtsausbrüche erfolgen, die völlig grundlos sind aus der Sicht des einen. Und der andere sieht schon, ich sag mal, wenn ein Kellner sie annächelt oder eine Kellnerin, der sieht darin, der will was von dir, du lässt dich drauf ein, Eifersuchtsdramen hochziehen. Und das kann wirklich sehr massiv und sehr, sehr unangenehm sein. Und es hat immer mit Kontrolle zu tun. Sie dürfen nicht mehr alleine ausgehen, sie dürfen keinem Hobby mehr alleine nachgehen, immer nur noch mit dem Partner und der Partnerin. Am liebsten 24 Stunden am Tag klebt er oder sie an ihn und behauptet, es macht er oder sie, alles nur, weil er sie ja so liebt. Sie liebt ihn so und deswegen möchte sie immer wissen, was er tut, was sie tut, es ist egal, ob Mann oder Frau. Also Eifersucht kann sehr massive Auswirkungen annehmen, sodass sie sich auch wirklich krank fühlen, kontrolliert, wie in einem Käfig. Ihnen fehlt irgendwann mal das Gefühl oder sie bekommen irgendwann mal das Gefühl, sie können gar nicht mehr atmen. Und das Eifersucht bedeutet oft auch, vor allen Dingen, wenn sie krank hat, ist, der andere steigert sich immer mehr hinein. Es reicht schon, wenn sich jemand annächelt, weil er freundlich ist, die Verkäuferin, der Verkäufer, was immer und schon gibt es Theater. Deswegen ganz, ganz wichtig, was können sie tun oder woran erkennen sie es, das habe ich eben gerade gesagt und was können sie dann tun. Wichtig ist erstmal für sie, verstehen sie, dass Eifersucht in diesem Ausmaß wirklich krankhaft ist. Und je nachdem, wie sie sich ausdrückt, ist es wichtig, dass sie sich professionelle Hilfe holen. Der andere natürlich auch. Oftmals weigern sich die Eifersüchtigen, weil sie empfinden das ja gar nicht so. Das heißt, sie sollten sich sehen, weil auf Dauer noch, dass sie krank ist, macht sie völlig fertig. Und wenn sie Pech haben, kann es wirklich ganz, ganz dramatische Ausmaße annehmen. Die möchte ich jetzt gar nicht beschreiben, weil sie sind so schrecklich, dass es wirklich fürchterlich ist. Jedenfalls, sie sollten, wenn sie merken, dass ihr Partner, ihre Partnerin so extrem reagiert, sollten sie sich fragen, wollen sie das? Ist das wirklich für sie Liebe? Ist das, was sie von einem Menschen erwarten, von einem Partner, der sie liebt, den sie lieben wollen? Und dann sollten sie sich fragen, was sind sie sich wert? Und sie sollten Grenzen ziehen, die Reißlinie ganz stark. Sprich, erst einmal sollten sie mit dem anderen reden, ihm klar machen, dass es so nicht weitergeht. Wenn es sich nicht ändert, schauen sie, ob sie professionelle Hilfe sich holen, einen Experten, einen Therapeuten, was auch immer. Wenn es überhaupt nichts hilft, sollten sie wirklich überlegen, können sie ein Leben an der Seite dieses Menschen ertragen? Oder es ist für sie wichtig und lebensnotwendig letztendlich, sich vielleicht auch von ihm zu trennen. Das ist der letzte Schritt, aber sie sollten überlegen, sie sind es sich wert und Eifersucht hat mit Liebe gar nichts zu tun. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen bei dem Thema weiterhelfen. Schauen Sie doch gerne mal auf meinem Portal Love&Life bei vnr.de vorbei. Ich freue mich drauf und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, hören voneinander, melden Sie sich und bis zum nächsten Mal. Ihre Susan Hieb. Bis dann. Tschüss. Tschüss.